Ein Streichel-Zoo! Ein Streichel-Zoo! An was? An die Hässlichen. Die kriegen nicht so viel. Das ist das hässlichste Tier hier, das kriegt jetzt was. Oh, oh, was ist das? Ja, guck mal! Ja, ist das schön! Ich fühle mich ein bisschen wie Jesus. Die Hälfte geht daneben, das war teuer! Ja, alles aufessen! Nee! Wow, wow! Beef hier? Nee, komm, Junge! Das war teuer! Junge! Herbert hat Hunger, aber die anderen haben nichts. Pass mit deinem Horn auf! Herbert! Oh, Herbert! Herbert! Guck mal, was ich hier feines habe! Oh! Guck mal! Was willst du denn? Ich hab viel besseres Futter als die da hinten! Ich habe Leckerbissen für groß und klein! Kraftfutter! 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 Es gibt Kraftfutter! Kraftfutter! Es gibt Kraftfutter! Kraftfutter! Oh, jetzt habe ich mich vergrießt gemeldet mit dem Band. So, wieder entfesselt. Oh, ich finde, da kann man mal applaudieren für die Show hier. Aber das ist mal wenigstens Entertainment, weißt du? Er zieht hier eine Show für uns ab. Und der Oscar für das most spectacular animal geht an... The Sea Lion. Congratulations! Guck mal, er feiert sich auch ein bisschen selber gerade. Danke. Guck mal, ich kann mit meinem Flügel meine Füße berühren. Hier haben sie extra ein großes Gehege angelegt für die Tauben. Das ist das Taubengehege. Das ist auch alles sicher hier, weil jeder weiß, wie aggressiv Tauben manchmal sein können. Was ist da denn? Oh, das bin ich. Komm! Fuck it! Fuck it! Gerade Anruf verpasst! Christoph, du hast schon wieder Split in den Haaren. Ich habe mir doch extra neue Shampoo geholt. Guck dir das doch mal an, wie das aussieht hier. Da passt doch vorne und hinten nichts zusammen. Ich weiß, ich soll heute Abend noch auf dem Ball mit meiner Alten, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Christoph, guck dir das an. Ich hole jetzt Sachen raus, die habe ich ja noch nicht mal bei mir im Sperrmüll gefunden. Wo ist der Souvenir-Shop? Ich will was essen. Also was essen für die Tiere. Also nicht, also den Tieren was zu essen geben. Und ist aber auch fies, ne? Finden Sie den Außenseiter im Bild. Wer wird nicht gemocht? Wer ist das hässlichste Tier? Das Tier möchte ich jetzt füttern. Kraftfutter? Komm her! Ja, guck mal hier. Ja, guck mal, was hier Feines ist. Ich meine, wenn er nicht will, dann stecke ich das wieder ein, esse ich das nicht auf. Oh, mein Arsch juckt. Oh, fuck. Ich hätte die dritte Wodka-Bulle nicht trinken dürfen. Ich habe es doch gleich gesagt. Trink, sagen Sie, Francesco, trink. Ich sage, nein, ich will nicht. Ich trink, sagen Sie. Und ich mache es auch noch. Und du guck dir mein Po an. Rot. Rot vom ganzen Wodka. Mann, 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 Mann. Ja, das war mein kleines Abenteuer im Zoo. Und ich habe noch eine kleine Frage an euch. Ich möchte von euch wissen, welches Tier könnt ihr überhaupt nicht ab? Und warum? Es wird ja immer gefragt, welches Tier ist euer Lieblingstier? Aber, oh, das war gerade sehr viel Sand da drin. Aber ich möchte jetzt von euch wissen, welches Tier könnt ihr überhaupt nicht ab? Und warum? Schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Äh, falls ihr dieses Video noch nicht kennt, das ist mein, äh, nicht mein letztes Video, äh, sondern ein anderes Video. Irgendein. Mal gucken, was ich da reinmache. Überleg ich mir noch. Und da unten kommt ihr auf meinem Kanal. Da könnt ihr dann euch weitere Videos angucken, Playlisten euch reinziehen und den ganzen Tag damit verbringen, euch dumme Videos anzugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns am nächsten Samstag wieder und bis dahin sage ich Tschüss!